Das Feld des Lebens gleicht dem Grunde einer Tafel, auf der geschrieben steht, was sich das Sein hat ausgedacht, um daraufhin das, was es hat gemacht, zu löschen, so wie das Licht am Abend weicht der Nacht, damit, was vormals dort geschrieben stand, in unbekannter Weise und durch des großen Autors handnotiert, erneuert und erneut sich fügt dem Werdegang und Zyklus aller Dinge, so dass, was war, durchs Werden wieder wird. Die Tafel selbst bleibt ewig frei vom Wechsel dessen, was mühelos sie auf sich nimmt und trägt. Genauso schließe deinen Frieden, Freund, mit dem, was dieses Leben durch dich lebt.